Ausstattung des Proberaumsbühnen im Proberaumzentrum Stuttgart Ein Raum zum Einstudieren der Live-Performance Der Proberaumbühne bietet folgendes Equipment Für die Sänger steht eine Gesangsanlage bereit Die Verstärkung übernehmen zwei aktive Boxen, zwei Monitorboxen für den Gesang sowie ein Dramphil als Monitor für den Schlagzeuger Ausgesteuert wird alles über ein Alesis Multimix-Mischpult Dies verfügt über acht Mono-Mikrofon-Eingänge, vier Stereo-Line-Eingänge, ein Monitorweg, ein Effektweg und ein integriertes Multi-Fact-Gerät Weiterhin bietet das Mischpult die Möglichkeit, alle Spuren einzeln mittels Hardisk-Recording-Software, zum Beispiel Cubase oder Pro Tools, aufzunehmen Dazu ist zusätzlich ein Rechner mit Hardisk-Recording-Software und Firewire-Anschluss notwendig Es werden alle Komponenten gestellt, die ihr sonst vom Parverleiher auf die Bühne gestellt bekommt, sodass ihr eine typische Live-Situation vorfindet Die perfekte Vorbereitung auf eure wichtigen Gigs Die ganze Anlage ist fertig verkabelt und wird einfach über einen Hauptschalter in Betrieb genommen Ihr könnt sie problemlos mit eurem eigenen Equipment oder unseren Verleihkomponenten vom Shure SM58 bis zum Misabugi-Verstärker ergänzen User-Menuels zum Download findet ihr auf unserer Webseite rooms4music.com im Savis-Bereich unter Equipment-Bedienungsanleitungen Erstbuchungen machen wir für euch nach telefonischer Rücksprache und bestätigen diese per E-Mail als Eintrag für euren Terminkalender Beim Ersttermin gibt es eine Einweisung in die Technik des Proberaums und die übrige Ausstattung des Proberaumzentrums Folgetermine könnt ihr dann einfach online buchen Wenn ihr mit dem Proben fertig seid, bitte den Raum wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen, Kabeln ordnen, heruntergefallenes aufsammeln und den Sauger kurz antippen Dann habt ihr euch ein Lächeln verdient Der Raum kann täglich rund um die Uhr gebucht werden Konditionen für die Vermietung der Räume gelten die Mietkonditionen aus unserem Proberaum Plus Die aktuellen Mietpreise findet ihr auf unserer Webseite rooms4music Viel Spaß und Erfolg beim Proben wünscht euer rooms4music-Team Konklinik Ja Vielen Dank.